So, wir sind jetzt gesprungen. Das ist Rapunzel oder nicht Rapunzel? Scheint Rapunzel zu sein. Sie sagt, wir sollen ihr folgen. Ich traue ihr noch nicht. Kennt ihr das, wenn man Leuten auf einmal nicht mehr traut? Ja. Da liegt ein Zwerg. Das ist ein Grab, so wie es aussieht. Die Bürste einer erhabenen Kaiserin. Ähm, zwei Äpfel. So, den goldenen haben wir schon mal. Tansch, folgen wir ihr mal. Rapunzel und Roland, kennen sie einander? Ich würde sagen, ja. Das hat man ja gesehen, dass die sich kennen. Okay, das ist die Eiskönigin, beziehungsweise Schneewittchen war es damals. Wir haben hier schon mal die eine Maske. Das ist diese hier. Die hier liegt im Wasser draußen. Die andere müssen wir noch finden. Ah, das sind die sieben Zwerge. Ein Zwerg haben wir. Hier. Jetzt brauchen wir nur noch mit der blauen Mütze. Das Buch ist zugefroren. Ansonsten können wir auch nichts machen. Ähm. Ein Greif, okay. Ah, hier gehört das rein. Und das da gehört hier rein. Da haben wir jetzt die andere Maske. Einige Jahre nach dem Tode von Königin Violante vermählte sich König Crisanto erneut. Seine Gemahlin war Königin Melanie, eine stille, ernste Frau, die früher amme wurde zu ihrer Zofe. Keinen Anker haben wir nicht. Da gehört diese Scheibe auf jeden Fall rein. Da haben wir den anderen Zwerg. Dem Ritter fehlen Schild und Schwert. Haben wir nicht. Dann stellen wir mal den Zwerg noch hier drauf. Okay, ein Hammer. Götten Flora. Götten Flora. Sie standen für nicht gut oder evil. Aber in der Balance der Natur und der Weg der Fates. Die Legenden von alten Wagen erzählten Flora zeigen sie zu einem gewissen Begründung. Götten Flora. Götten Flora. Götten Flora. Guardian could only follow the goddesses will and face eternal life, hoping one day to be able to find the wisdom in her decision. Ich habe zwei neue Handyhüllen bestellt und dafür muss ja das Handy dann aus der alten raus, macht's Sinn. Wir haben einen Meißel. Wofür brauche ich jetzt einen Meißel? Wir haben Hammer und Meißel. Hammer und Meißel. Ein Näh-Set. Wofür brauchen wir ein Näh-Set? Haben wir hier was? Das da will er nicht. Da lügt noch was. Okay, das war jetzt eine Steinblume, das war jetzt nicht. Nichts, was ich gebraucht habe. Kriegen wir das mit dem Hammer? Damit? Nein. Meißel? Nein. Können wir zurück? Ich würde sagen, nein. Ah, können wir das da zusammennähen? Okay. Ich bin mal wieder über das Offensichtliche drüber gelatscht. Wartet. Wartet. Wenn nicht. Ich muss ich den da hin machen. Muss ich den Bösen da hin? Der hat gar keinen Bösen. Der hat gar keinen Bösen. Der hat gar keinen. Dreh die Felder bis die gleichen Masken aneinander liegen. Ja, das mache ich ja. Ah, so. Ah, so. Und was mache ich, macht er, wenn ich... Okay, das ist ihm egal. Der hat keinen Traurigen. Das funktioniert. Ich muss mich selbst aus Glass barrel holen. Ich muss mich tatsächlich profitieren. Ich kann's measure anything. Weil ich mich nichtわか clue kann. Ich kann's älger gucken. so wartet jetzt habe ich das das heißt ich muss das gesicht nach da bringen so jetzt habe ich das rote ich habe das blau ich habe das lila das heißt die hoch muss das grüne ok habs oder ist das einfach nur ein warning gag das kann natürlich auch so cool geliebter bruder auch ich habe von den vom niedergang das königreich florial und von dem verschwinden der prinzessin gehört was für ein schrecklicher verlust ich möchte mein tiefstes beileid aussprechen bitte lass uns diesen streit vergessen komme deine familie besuchen schneewittchen jetzt haben wir schon mal das schild das schild können wir schon mal geben wo feuer ist das auch alles zwischen allen kräften muss ein gleichgewicht herrschen gut und böse bewahrung und zerstörung leben und tod auch die dunkelblume die verfluchte verbotene pflanz wird zu einem gleichgewicht führen alles klar das haben wir schon gelesen im garten war doch so ein weihrauch bälder löse die blüten und gräuter darin vielleicht halluzination aus machen ist kaputt na gut wir können sich kaputt machen unter der ein unter der eis schicht und hat der eis schicht okay so jetzt brauchen wir nur noch aber wir haben es schon jetzt haben wir auch das schwert vom retter wir kommen doch ganz gut voran bis jetzt auch ohne tipp ein kleiner löwe blümchen roland den wir jetzt erstmal gekonnt ignorieren da ist ein schlüssel da ist wieder eine steinblume jetzt reden wir mit ihm okay wir haben den anker dann gehen wir da jetzt mal hin gleich zumindest sammeln noch ein paar sachen ein und jetzt können wir wieder zur kapelle zurück dann nehmen wir noch zwei sachen mit schneewittchen und der feuerprinz können wir das rosenwappen da nein okay ja das boden ist mehr oder weniger da okay fisch ein vogel okay wir brauchen ruder also können wir jetzt wieder zurückgehen stellen hier den vogel drauf kriegen das andere fisch symbol gehen da wieder rein werden von einem wasserechse angegriffen wir haben das porträt von prinzen wir haben allerdings nicht das porträt von seiner mama ah jetzt können wir hier okay jetzt haben wir es aber floralia ist nicht mehr die überlebenden berichten dass rapunzel völlig abwesend und wie schlafwandeln zurückgeblieben ist das gift der pollen hindert mich daran mich ihr zu mass nach ihr zu suchen doch ich muss einfach einen weg finden wenn die legenden vom goldenen kind auf tatsachen beruht ist die hoffnung noch nicht verloren es war eindeutig gerda drehe die symbole mit hilfe der pfeile bis alle beim hintergrund passen okay okay z 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 wir das passt okay hier sind die mini spiele nicht ganz so schlimm nicht ganz so schwer bei check habe ich manche richtig schwer noch in erinnerung okay jetzt haben wir den löwen prinz roland ein tapferer und kühner mann war gegen die heirat seiner schwester mit dem froschkönig aufgrund des schrecklichen flures weil überzeugt die ehe könnte niemals glücklich sein schwester und bruder stritten sich und gingen ohne eine versöhnung auseinander nachdem schneewittchen sich mit dem froschkönig vermählt hatte entsagte der prinz dem thron und verließ das königreich er reiste durch viele länder bisher schließlich in das königreich florale kappen wir haben eine heckenschere und ein dreizack mit der heckenschere können wir damit was ausrichten glaube nein man merkt aber schon dass jedes tag probables mit dem anderen irgendwie immer so ein bisschen verknüpft ist also es ist jetzt nicht tragisch wenn man mal ein teil nicht gespielt hat weil es schon eigenständige geschichten sind aber der ein oder andere charakter kommt öfters auch mal wieder vor in einer geschichte oder in einem spiel rotkäppchen hatten wir auch danach noch mal gesehen jetzt haben wir ja auch wieder schneewittchen drin und den froschkönig aber wir haben die galeonsfigur eine richtig hübsche galeonsfigur muss niesen